So, herzlich willkommen meine lieben Freunde, wir machen da weiter, wo wir bei der letzten Folge aufgehört haben. Wir laufen mal von hier unten, wo wir den letzten Kommandeur getötet haben, laufen wir jetzt mal hier nach oben und machen dann die ganzen Hauptmissionen, die jetzt noch fehlen. Da vorne sind ein paar Leute, die suchen schon nach mir. Ho, das war ein Schuss. Okay. Wo kommen die denn her? Okay, jetzt muss ich kämpfen. Alter, der ist ja geflogen, ey. Oh, das waren jetzt endlich alle, ne? Jetzt muss ich aber los. Das waren ja noch gar nicht alle. Jetzt aber. Okay, los. Ich muss jetzt wirklich loslaufen, sonst komm unendlich. Wir begeben uns jetzt erstmal zum ersten Flagggeschütz oder in die Richtung des ersten Flagggeschütz. Schaut mal, das erste Flagggeschütz steht nämlich ganz hier oben. Das heißt, wir arbeiten uns jetzt durch die ganzen Gebirge, über den Berg hin, über das Dorf, retten unseren ersten Gefangenen. Das ist ein Crewmitglied übrigens. Das hier ist ein Crewmitglied, den müssen wir auf jeden Fall befreien, weil den müssen wir quasi auch mit rausbringen aus Vietnam. Das heißt, der wird uns dann begleiten bis zum Abholpunkt. Ja, und wir müssen bis zu diesem Flagggeschütz kommen. Das wird die nächste heutige Folge sein. Das machen wir jetzt auf jeden Fall. So, ich habe zwei schallgedämpfte Waffen. Einmal ein Scharfschützenwehr und einmal eine schallgedämpfte Pistole. Beide reichen aus, um mich erstmal leise voranbewegen zu können. Ich lasse mal so viele Patrouillen, wie ich hier sehe, ich lasse die mal alle in Ruhe. Das ist mir ein bisschen zu riskant. Die holen immer so schnell Verstärkung und dann kommen so viele Soldaten, dass man von allen Seiten beschossen wird. Und hier gerade mitten im Dschungel hat man nicht so viele Verteidigungsmöglichkeiten, dass man sich irgendwo hinter Barrikaden verstecken kann. Bäume schützen auch nicht. Es sind einfach zu viele Leute und man sieht die um einen rum einfach nicht. Das ist das Gefährliche beim Kampf im Dschungel. Genau, ich möchte auf diesen Aussichtspunkt da oben, da möchte ich hin. Da möchte ich mal hin, um mal zu gucken, was sich da oben befindet. Da sind wir ja bisher noch nicht gewesen. Consong-Tempel. Wo? Ach, hier unten. Ist hier jemand? Also ich sehe hier gerade keinen. Ich sehe hier gerade keinen. Wir schauen uns mal trotzdem diesen Tempel an. Bisschen Sprengstoff. Ein Tier haben wir im Gehege. Hier vorne haben wir einen. Ja, das Problem ist, Leute. Die wissen wirklich immer genau Bescheid. Die wissen genau Bescheid, wo ich bin. Wenn ich einen abschieße. Eigentlich darf ich gar keinen mehr abschießen. Ich muss die wirklich nur noch... Okay, die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt kommt Verstärkung. Oder ist das der Entlaufene? So, okay. Dann haben wir diesen Tempel auch erledigt. Trotzdem muss ich da jetzt mal irgendwie hochkommen. Ich mache das mal über diesen Weg hier vorne. So, Munition haben wir mitgenommen. Jetzt haben wir eigentlich volle Munition für alle Waffen, die wir jetzt auch bekommen können. Also über diesen Tempel war nicht so viel. Das war wahrscheinlich einfach nur ein Treffpunkt für Patrouillen hier in diesem Gebiet für feindliche Soldaten. Seilrutsche benutzen? Nee, das brauchen wir nicht. Wir wollen ja nicht zurück. Wir müssen ja nach vorne Richtung Norden. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, was sich hier oben gleich auf diesem Aussichtsturm befindet. Ob da vielleicht irgendeine geheime Waffe ist, ein Fahrzeug oder was auch immer. Das wissen wir nicht genau. Das weiß ich auch nicht. Let's go, let's go, let's go. Okay, okay. Da sind schon mal ein paar Wachen, die wir automatisch markiert haben. Ach, Holzmaul. So, dann gucken wir mal, was auf diesem Aussichtsturm ist. Nee, nur Pfeile und ein Medipack. Das Doofe ist, man kann von diesem Aussichtsturm auch nicht schnell runterspringen. Man verliert extrem viel Energie, wenn man von da oben direkt runterspringt. So, dann retten wir mal unseren ersten Kameraden. Und das ist hier vorne der. Den müsst ihr auf jeden Fall retten. Ich hab's noch markiert. Ne, da, 300 Meter. Zu den Crewmitgliedern kann ich sagen, das haben die jetzt so gemacht, dass man kann die retten. Ähm, aber sollte ich entdeckt werden bei der Rettungsaktion, dann kann es sein, dass wir den einfach töten. Und dieses Crewmitglied ist dann für den Rest des Spiels tot. Das heißt, den kann ich dann nicht mehr rausholen. Haben die ein bisschen schwer gemacht, aber auch spannend gehalten, weil man muss umso vorsichtiger spielen jetzt. Man möchte natürlich versuchen, alle drei Crewmitglieder rauszuholen. Und wenn dann einer stirbt, dann ist er halt weg und man kann nur noch mit zwei Leuten entkommen. Spannend gemacht auf jeden Fall. Ich möchte auf jeden Fall versuchen, den rauszuholen. Was ist das, ein Snipergewehr ohne Schalldämpfer? Das ist schon mal schlecht. Genau, Gefangenenlager, den müssen wir jetzt auf jeden Fall da rauszuholen. Oh, sorry, aber von hier oben sehe ich nicht so viel. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal runter. Und hier haben wir einen Fallschirm und gleichzeitig ein Feuerzeug. Genau, ein Feuerzeug haben wir. Feuerzeug sind kleine Andenken gefallener Soldaten, die wir quasi bergen müssen. Also die Feuerzeuge müssen wir bergen und dann mit nach Hause nehmen, nach Amerika als Andenken. So, jetzt habe ich aber vergessen. Wo der Fallschirm war. Hier vorne. Dementsprechend müssen wir immer die Soldaten, die mit dem Fallschirm hier gelandet sind, suchen. Der ist jetzt hier vorne. So genau, das sind einfach Feuerzeuge, die wir bergen müssen von gefallenen Soldaten, die wir dann mit nach Hause bringen müssen für die, ja als Andenken für die Angehörigen. Denke ich mal. Ich weiß es nicht genau. Das ist so ein bisschen wie die Erkennungsmarke. Okay, wir haben doch einige Soldaten hier. Ein eingesperrtes Tier, das sich entlassen könnte, aber dann ist die Chance hoch, dass sie den exekutieren. Meine Leute muss ich auf jeden Fall befreien, genau. Das ist jetzt die Aufgabe. Okay, meine Freunde, das war natürlich so nicht geplant. Das ist jetzt. Okay, dann haben wir auf jeden Fall befragt, das ist unser erstes Mitglied. So, das ist unser erstes Crewmitglied, das wir auf jeden Fall gerettet haben und das wird uns jetzt die ganze Zeit verfolgen bis zum Abflug aus Vietnam raus. Problem ist, man kann ihm, glaube ich, nicht wirklich sagen, ob er stehen bleiben soll, angreifen soll, sich zurückhalten soll, warten soll und so weiter. Das weiß ich nicht. Wir gucken mal, was unser Spiel jetzt sagt. So, deine Hilfe auf Abruf wird dich im Kampf gegen deine Feinde unterstützen. Nutze sie, um Gegner hinterrücks anzugreifen, ohne selbst entdeckt zu werden. Drücke Kreis, damit du und dein Begleiter in die Hocke gehen und ihr euch heimlich anschleichen könnt. Links oder rechts, damit dein Begleiter zur anvisierten Position gehen. Drücke links oder rechts, damit dein Begleiter den anvisierten Gegner angreifen. So, damit haben wir das Feindlager auch direkt mit neutralisiert. Jetzt fehlt eigentlich nur noch, jetzt fehlt eigentlich, oh, das ist eine geile MK16, die nehmen wir natürlich mit. So, Munition, eigentlich habe ich alles, vielleicht könnte ich das hier noch gebrauchen. Nö, jetzt passt alles. Das ist, wie gesagt, jetzt ein Crewmitglied, der wird uns jetzt begleiten. Ein voller automatischer MK16, das ist ganz geil. Erinnert mich immer so ein bisschen an die M16 oder M, ja, M16 auf jeden Fall. Von PUBG. Jo, 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 du Katze, du. Brauchen wir nicht, die Katze brauchen wir nicht töten, die können wir auch schön eingesperrt lassen, die macht sonst nur Faxen. Lesen. Letzter Wille und Testament von Private Kain Chaves. Ich, Kain Chaves, im vollständigen Besitz meiner körperlichen und geistigen Kräfte, vererbe hiermit all meinen Besitz an meinen kleinen Bruder Matteo. Unter einer Bedingung, Matti, mach deinen Schulabschluss, lerne fleißig und gehe auf keinen Fall jemals den Weg, den ich eingeschlagen habe. Tust du das, bekommst du meinen ganzen Kram, sogar meine Gitarre. Einverstanden? Kümmere dich gut um Mama, sie ist eine Heilige. Ich hab dich lieb, kleiner Bruder Kian. Ein Testament an den kleinen Bruder. Ich glaube, wenn man im Krieg ist und man möchte seiner Familie mitteilen, wie es hier ist, dann kann man das gar nicht mit den gleichen Gefühlen, wie man es hier erlebt. Und ich glaube, jemandem einen kleinen Anreiz zu geben, nicht in den Krieg zu gehen, ist schon mal ein guter Anfang. Nämlich zum Beispiel das Erbe. Ja, ganz ehrlich, sag mal, wenn du mir vor die Flinte läufst. So, wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier hochkommen. Ich glaube, das ist auch der einzige Ort, wo hier ist nur ein abgestürztes Wrack. Wer sieht uns denn da fast? Wir können auch, wir machen das so, wir laufen erstmal zum Wrack. Und dann laufen wir zum Geschütz. Wir müssen wirklich darauf achten. Ich muss wirklich ohne Witz darauf achten, dass meine ganzen Crewmitglieder am Leben bleiben, weil das ist total gefährlich. Wenn die einmal abgeschossen werden, laufe ich alleine rum und ich würde schon gerne alle drei Crewmitglieder bergen. Okay, hier vorne sind die. Drei Soldaten sehe ich. Also, ich sag mal so. Alter, hab ich jetzt beide, hab ich jetzt beide abgeschossen? Bro. Das war natürlich eine geile Aktion. So, plündern. Feuerzeug haben wir direkt mitgenommen. Äh, hier ist ein Fallschirm. Daran erkennt man immer die Feuerzeuge, die man bergen kann. Jetzt ab zum Flackgeschütz und dann war es was mit der Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat und ihr seid immer noch am Zuschauen, dann denkt doch bitte dran. Lasst mir einen Daumen nach oben auf das Video da. Und falls ihr noch keine Abonnenten seid, dürft ihr natürlich gerne abonnieren, um keine weiteren Videos und Let's Plays auf diesem Kanal mehr zu verpassen. Würde mich natürlich freuen, wenn ich ein paar neue Gesichter dazu bekomme, ein paar neue Zuschauer. Die Gaming-Liebe mit mir teilen. Pflanzen kann man auch einsammeln. Durch Pflanzen kann man sich eigene Medipacks herstellen, glaube ich. Durch drei Pflanzen. Ich weiß nicht, ob es verschiedene Pflanzenarten gibt oder ob die Pflanzen alle die gleiche Pflanze darstellen sollen. Das weiß ich nicht genau. Müsste man mal ausprobieren. So, jetzt sind wir beim Flackgeschütz. Das ist direkt hier unter uns. Und ich weiß, dass hier wieder einige Leute unterwegs sind. Okay. Die wissen, wo wir sind. Deswegen, ich zerstelle jetzt erstmal das Flack. Dann ist das erledigt. Und den packen wir im Flug. Doch nicht. Oh fuck. Scheiße. Das hätte aber so geil werden können. Flack ist immer noch nicht zerstört. Ach, hör doch mal auf. Das hört ja gar nicht mehr auf mit den Soldaten hier vorne. Okay, erste Flack auf jeden Fall zerstört. Das heißt, jetzt haben wir auch endlich mal unsere Luftunterstützung, die wir nutzen können. Wir haben nämlich fünf Stück davon und können die alle nicht nutzen. Das ist ein bisschen doof. Aber, meine Freunde, wie gesagt, wenn euch bis hierhin die Folge gefallen hat, lasst es mich wissen mit einem Kommentar oder einem Feedback im Sinne eines Daumen nach oben. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiedersehen. Ich bin euer Kalle. Bis dann, meine Freunde. Macht's gut. Ciao.